Wir müssen zu dieser Tür. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Wir haben alles verpasst. Ich nehm den hier. Vielleicht nicht anderen wie den anderen. Hey, siehst du das? Ganz ruhig. Du bloß nichts Dummes. Dafür wirst du bezahlen. Geh! 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 Pass auf! Verdammt, ich hab... Habe Sichtkontakt! Das brauchst du sicher. Dankeschön. Fass in die Maschinen. Hört! Kör. 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 Gottverdämter. Das ist Warren. Ruhe in Frieden. Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Jetzt sind wir gleich da. Los, geht da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang ist nicht mehr weit. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Wo? Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein ausgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Ja. Joel, hilf mir mal eben. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Ich muss dir jetzt schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du's grad sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen hab. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaub, dass ich keiner gesehen hab. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. Oh. Ich hab Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Deine Mal. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR